So, ich will euch einmal erklären, warum ihr euch jetzt für Sensi entscheiden solltet und nicht für andere Duftsysteme. Und zwar, das erste und der größte meiner Meinung nach, das größte überhaupt ist die Sicherheit. Also es gibt vier Säulen, die absolut für Sensi sprechen. Das erste ist die Sicherheit. Wir haben keine offenen Flammen, wir haben keine Brandgefahr, weder für Mensch noch für Tier. Wir haben keinen Ruß, keinen Rauch, keinen Sauerstoffverbrauch wie bei Kerzen und kein Einatmen des Wachses. Es ist ganz wichtig zu wissen, okay, ich mache mir eine Kerze an, ich mache mir auch eine Kerze an. Ich mache mir zwischendurch, mal abends zur Gemütlichkeit einfach eine Kerze an. Hier bei Sensi geht es aber um Raumduft. Raumduft. Ich will Raumduft und zwar den ganzen Tag oder dann, wenn ich zu Hause bin. Ich will einfach, dass es gut duftet. Denn was ist das Erste, was wir wahrnehmen, wenn wir irgendwo reinkommen? Wir nehmen als erstes den Geruch wahr. Und wenn der Geruch schon nicht schön ist, dann fühlen wir uns einfach nicht wohl. Und das ist einfach der Unterschied, warum ich gerne bei mir zu Hause einen tollen Raumduft habe oder einen tollen Duft einfach habe. Man kommt bei mir rein und man riecht nicht Hund, Pferd, Tier, Mensch etc. Das riecht man bei mir nicht. Man kommt rein und einen schönen Geruch wahr. Und das ist das, was viele sagen, die bei mir reinkommen. Mensch, was ist denn das? Wonach riecht denn das hier? Das riecht so schön bei dir. Da kann das noch so unaufgeräumt sein. Die kommen rein und fühlen sich gleich wohl, weil es einfach so schön riecht. Dafür mal ab. Es ist natürlich selbstverständlich immer bei mir aufgeräumt. Ist klar, oder? Ja, genau. Das ist so der erste Punkt schon mal, der absolut für Sensi spricht. Dann habe ich einfach Lampen, die nur 50, 60 Grad heiß werden. Das heißt, selbst das Kind, die Katze, Hund und Maus, wollte ich gerade sagen, können alle drangehen. Und es macht nichts. Also ich fasse da rein. Es ist leichter für... Es ist nicht mal heiß. Also nicht mal wirklich heiß. Da verbrennt sich keiner. Da verbrennt sich weder das Kind noch sonst wer. Genau, ganz, ganz großer Punkt. Und wenn ich wirklich mal die Kerze, wenn ich wirklich mal die Duftlampe brennen lasse, es passiert nichts. Ich kann die die ganze Nacht anlassen. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich hochgegangen bin zum Schlafen und habe gedacht, Scheiße. Dann lege ich im Bett und denke, hast du die Kerze ausgemacht? Habt ihr die Kerzen ausgemacht? Und das malmt und malmt und malmt in meinem Kopf immer wieder rum und immer wieder rum, bis ich dann schlussendlich doch nach unten gehe und gucke, ob die Kerze aus ist. Ich bin natürlich hellwach. Ganz klar, die Kerze war meistens sogar aus, weil es einfach so ein Automatismus ist. Aber nicht immer. Eine Kundin von mir hatte jetzt neulich bei der Party erzählt, sie hatte Geburtstag gefeiert und auf der Gästetoilette, gut, das war vor Corona, und auf der Gästetoilette hatte sie so eine große, super teure Kerze an. Wir kennen sie alle, ne? Diese riesengroßen. Sie konnte danach neu renovieren. Das war alles komplett vollgerußt, weil sie ist zu Bett gegangen und hat vergessen, dass diese Kerze noch brannte. Hätte auch viel, viel schlimmer enden können, das Ganze. Was ich damit sagen will, ihr sollt euch nicht gegen Kerzen entscheiden. Ich will euch aber damit sagen, wenn ihr einen Raumduft und das auch, wenn ihr nicht da sein wollt oder einfach den ganzen Tag haben wollt, dann ist Sensi einfach das Richtige für euch. Genau. Dann ist der zweite Punkt, der zweite wichtige Punkt, die Auswahl. Also wir haben 80 verschiedene Düfte aus sieben Duftkollektionen. Ähm, frisch, fruchtig, ähm, was haben wir noch? Bäckerei, wir haben Disney, wir haben, ähm, ich komme gerade nicht auf, blumig, ähm, zitronig. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Ähm, genau. Wir haben so viele verschiedene Düfte, dass ihr auf jeden Fall den richtigen Duft für euch rausfindet. Ähm, genau. Ich habe auch einen Duftkoffer hier, also jederzeit kann jeder den Duftkoffer gerne zu sich haben. Dann, nochmal wichtig, wir haben 60 verschiedene Duftlampen. Lantendesigns, also 60 verschiedene, ob nur kleine, ob nur große, ob nur kostspielige. Da geht das los, also, wo ich schon zu einem dritten Punkt komme, Preis-Leistung. Also, da geht das los bei 28 Euro bis Open End quasi. So eine riesengroße Duftlampe ist natürlich auch teurer, ganz klar. Äh, aufwendige, äh, aufwendige Herstellung, handgefertigt. Das ist ein Unikat einfach. Ähm, klar ähneln die sich, aber alle sind handgefertigt. Das ist der dritte Punkt, Preis-Leistung. Ich entscheide mich für ein Modell und dann kann ich quasi nach Wahl immer wieder mehr Wachse holen oder kann weniger die Lampe, mehr die Lampe anhaben. Die, ich habe einmalige, natürlich Kosten von dieser Lampe und dann immer nur ein wenig. Also, das Wachs, das hält sich echt in Grenzen. Genau, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist der Service. Das ist nämlich die vierte Säule von unserem, warum wir Sensi bevorzugen sollten, ähm, oder uns, uns anschaffen sollten, wenn wir einen Raumduft haben möchten. Und zwar ist das die unbegrenzte Garantie, die wir auf die Technik haben. Wenn euch mal eine Glühbirne durchfackelt, ja gut, das kann passieren, sollte natürlich auch nicht in den ersten Wochen passieren oder ersten Monaten passieren. Ähm, gibt Schlimmeres, äh, dann holt man sich die neu. Aber wenn die, ähm, Glühbirne funktioniert quasi und keinen Defekt hat und die Lampe aber kaputt ist, warum auch immer, wir stecken in der Technik manchmal nicht drinnen, dann habt ihr eine lebenslange Garantie und wendet euch an euren Berater, Beraterin und dann wird natürlich für Ersatz gesorgt, ganz klar. Wenn es die Lampe nicht mehr gibt in dem Modell, dann etwas Gleichwertiges, was ihr euch aussuchen dürft. Genau, und der letzte Punkt ist noch, es gibt Schalen und Kabel nachzukaufen. Also, die heißt, wir können das nachbestellen. Wenn zum Beispiel mein Saugroboter, was schon passiert ist, über ein Kabel fährt und dieses Kabel schrottet, äh, blöd gelaufen, ich muss die Lampe nicht in den Müll schmeißen, ich kaufe mir einfach eine neue, neues Kabel. Wenn die Katze meint, ich pfeffer das Ding mal runter und ihr habt nur die Schale erwischt, auch kein Problem. Die Schale kann ich auch neu kaufen. Also, ihr seht schon, es gibt so einige Punkte an Sensi, die absolut super sind und für Sensi speziell.